omg sieht das nice von hier oben alles aus gott 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 was eine riesen sucherei also ich gucke jetzt aufs hecker valley south und mittel da auf da da das da das ich da Mann. Nösch, Cose. Alter Schwede, oh mein Gott, dauert das lange. Siehst du den Berg überhaupt jetzt noch? Ich weiß ja nicht, welchen Berg du meinst. Das ist so ein ganz riesiger, der steht mitten in der Map. Ja, schön. Oh, das ist in dieser großen Red-Town, okay. Das ist ein French-Belly. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, Alter, hier sind wir noch nie wieder lebend raus. Scheiße jetzt, Alter. Sollen wir eine Pause machen? Warte mal, ich muss hier erstmal irgendwie wieder rauskommen. Oh, Leute. Das ist schon fast sieben. Ja, ich häng hier irgendwo zwischen so Feldspalten fest. Ich muss hier jetzt erstmal wieder den Ausweg finden. Beziehungsweise runterkommen. Ausweg hab ich ja gefunden. Runterkommen. Oh, weißt du was? Oh, wenn ich da jetzt... Oh, dann brech ich mir lieber die Beine. Na, was weiß ich. Ich glaube, ich bring mich jetzt um. Mach das, wenn du dann wieder an der Straße spawnst. Weil ich bin hier jetzt gerade so bei den Haupt-Spawn-Punkten. Ich hab die gerade beide im Blick. Na ja, ich bin auch hinten irgendwo da bei... Ähm, bei, 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 bei... Bei... Wo war denn das? Bei Small Red Town. Da hinten bin ich irgendwo gespawnt. Ja, aber das siehst du denn ja, wo du gespawnt hast. Das kannst du ja ungefähr erkennen. Ich hab nämlich hier, kann nämlich ganz gut auf Big Red Town, konnte ich gerade gucken, und aufs French Valley. Das ist ein bisschen falsch haben. Entzügelbült. Wie bringst du dich denn um? Ähm, ich spring hier gerade ein bisschen auf den Felsen rum, und ich spring gleich ins Wasser. Achso. Das kannst du machen. Ja. Schmerz. Was soll ich jetzt wieder? Ich beruze dich eigentlich. Ja, fast vier Stacks voll. Drei wurden noch, wenn du so vier Stacks vollst. Da vorne sind gar nichts, wie der Schwimmholz stammt. Alle drei Miner. Scheiß Alpha Version. Jetzt bring' ne fettige Version raus davon. Ich will auch ne Karte und alles haben. Echt so. Ein paar Sachen fehlen mir hier echt noch so ein bisschen. Das ist noch nicht ganz ausgepackt. Aber sonst bin ich rund auf, ist das Spielschmuggel. Wollte ich gerne spielen. Joa. Aber wenn man sich findet, wäre es natürlich wieder noch cooler. Hopp ins Wasser. Yeah, baden. Oh, scheiße. Ich will ins Wasser. Ich will nicht am Bluten sterben. Hör auf. Komm schon. Jetzt sterben wir auch noch am Bluten. Ein Leben noch. Ich bin tot. You killed yourself. You'll send me a flood. At a camp oder at a respawn? Mach mal at a camp. Ich glaub respawn tust du denn nämlich auf demselben Fleck, wo du auch gestorben bist. Ich bin irgendwo am Nenkel. Das ist schon mal gut. Straßen sind gar nichts in der Nähe. Dann sind wir jetzt ja ungefähr genau so weit wie vorher. Hier ist Radioaktivität. Uh, das ist schon mal gut. Weil die einzigen... Warte mal, das sind nur die einzigen Dinger, wo man das gut ist. Wir sind zwei alleine stehende Waggons mit Gasttanks. Zwei Waggons so auf Schienen? Fahrzeugen hier so. Oder wie? Ich glaub das sind Schienen, ja. Ich kann's nicht ganz erkennen. Ich muss erst mal von der Radioaktivität weg. Okay, dann guck ich gleich mal eben in den Fotos, dass man da ist. Oh, oh, ich merke von... Ah, mich greift ein Zombie an. Oh, ich bin tot. Oh, schon wieder. Dann machen wir nochmal Spawn-Edit-Camp. Aber ich glaube, dass ich gerade im French Valley bin. Bin mir aber nicht sicher. Ich hoffe jetzt gerade einfach mal momentan so ein bisschen. Ah, ich bin schon wieder irgendwo am Nenkel. Das straßt sich. Ist da Wasser da hinten? Ist da etwas Wasser? Ist da Wasser? Ich glaube, ich hab Wasser gefunden. Wie ist das möglich? Das weiß ich nicht, ob das möglich ist. Aber scheinbar ist es das. Jep, ich bin am Wasser und ich war hier schon mal und das ist verkehrt. Töten! Bitte? Töten! Schon wieder? Willst du mal irgendwo anders hinkommen? Bin tot. Okay. So, respawn jetzt einfach mal. Achso, dann... Ich hoffe, sag... Hier ist was! Bei mir ist auch was. Ich kann aber nicht genau deuten, was das ist. Ich glaube, das ist Factory Red Town. Das sieht mir nicht so aus. Also bei mir, ich bin gerade an Factory Red Town. Hier ist so ein Aluminiumhaus. Also so aus... 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 aus Ziegeln und... und hier so Platten, weißt du? Habe ich auch gerade. Ist da so ein Turm bei dir in der Nähe? Ähm... ein Turm? Ja, so... so ein... so ein Schornstein. Ähm... muss ich... Also neben dem Gebäude, irgendwie? Gucken... Die Radioaktivität zu hoch. Hier ist gar keine Radioaktivität. Bei mir ja. Aber das ist ja schon... Die Radioaktivität mit der Nähe, die möchte ich währenddessen für alle... Die TV denn da! Das ist ja schon... Schöne, die innen! Die Tassel. Die TV denn da! Bei mir bleibt... auf, auf... auf! Auf!